Der Streaming-Service Twitch.tv übernimmt die E-Sport-Agentur Goodgame. Goodgame betreut die Werbeverträge von bekannten E-Sport-Teams, unter anderem Evil Geniuses und Alliance. Diese können in Disziplinen wie Dota 2 und StarCraft 2 regelmäßig Erfolge für sich verbuchen. Trotz der Übernahme sollen die Strukturen und Arbeitsweisen der 1999 gegründeten Agentur nicht beeinflusst werden. Goodgame bleibe auf der organisatorischen Basis unverändert und werde weiterhin sowohl ihre Klienten als auch Sponsoren repräsentieren, so ein Sprecher bei Twitch. Auf der offiziellen Seite von Goodgame äußerte sich Firmengründer Alexander Garfield zu dem Verkauf und sieht Goodgame bei der Tochterfirma von Amazon in guten Händen. Ich glaube an Twitch, wirklich. Sie sind großartig in dem, was sie tun. Sie verstehen den E-Sport und kümmern sich ernsthaft darum, dass die Community sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich glaube an Twitch, dass Sie noch nicht für heute sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.